Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Airports CEO. Schön, dass ihr eingestellt habt. Wir werden jetzt erstmal noch nicht das Gepäckverladesystem einführen, denn ich hatte mir erlaubt mal kurz ein bisschen vorauszuschauen, was man hier wieder alles so tun müsste für und habe festgestellt, mein Flughafen ist absolut ungeeignet für ein Gepäckverladesystem. Etwas ärgerlich, aber kein Problem. Wir haben jetzt mittlerweile doch ein bisschen Geld zur Verfügung dank der mittelgroßen Flugzeuge. Ich habe hier auch noch ein zweites Terminal bzw. jetzt sogar schon ein drittes mittelgroßes Terminal dazu gebaut. Das heißt, wir werden jetzt hier richtig viel Geld machen in den nächsten Tagen. Wir können mal ganz kurz hier auf unsere Budgetübersicht gehen. Gehen wir mal auf täglich. Gestern 78.000 Dollar eingenommen und da habe ich schon angefangen rum und um zu bauen. Denn für das Gepäckverladesystem müssen wir nochmal so einige Anpassungen vornehmen. Aber nicht nur das. Auch scheint der Flughafen jetzt doch so langsam aus allen Nähten zu platzen. Die Check-In-Schalter sind mittlerweile ein bisschen überfordert. Da müssen wir uns jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen anschauen. Wir sehen auch hier schon wieder ganz, 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 ganz viele Leute warten hier bereits, dass sie endlich einchecken können. Also da haben wir jetzt wirklich noch eine ganze Menge zu tun und ich dachte mir jetzt einfach in der Vorbereitung nehme ich euch einfach nochmal so ein bisschen mit, dass ihr vielleicht auch einfach wisst, worauf müsst ihr da nochmal so ein bisschen achten. Was habe ich zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen übersehen. Vielleicht könnt ihr einfach daraus lernen. Gut, wie gesagt, das Tutorial mache ich jetzt hier zum ersten Mal. Ich habe mir jetzt halt mal erlaubt, kurz mal das Ganze auszuprobieren mit dem Gepäckverladesystem und dabei ist mir aufgefallen, ja shit, eigentlich habe ich überhaupt keinen Platz dafür, so wie ich mir das vorstelle, es einzuführen. Ich kann das eigentlich nirgendwo so wirklich verwenden an meinem Flughafen. Also habe ich jetzt hier einfach mal kurzerhand beschlossen, das Ganze ein bisschen umzustrukturieren. Opfer dieser Umstrukturierung ist natürlich dieser Standplatz hier drüben, A3 war das, der musste leider abgerissen werden. Hier werden wir später mal, wenn es dann soweit ist, die Gepäckverladestation aufbauen. Aber das ist noch ein Weilchen hin, das kommt erst noch, das machen wir in einem nächsten oder übernächsten Video. Kommt jetzt ganz drauf an, wie lange ich euch jetzt hier so ein bisschen mitnehme bei der Umstrukturierung. Genau, also hier kommt die Gepäckverladestation dann hin, die müssen wir noch extra freischalten. Darum kann ich es euch jetzt nicht so richtig zeigen. Das hier habe ich schon mal blockiert für die Gepäckbänder. Sprich, das Gepäck wird dann hier einfach verladen über die Check-In-Schalter zur Gepäckverladestation. Dort gibt es dann wiederum jemanden, der das abholt, zum Flugzeug bringt, beziehungsweise das Zeug aus dem Flugzeug rausholt, da reinwirft und dann kommt es bei einer Gepäckausgabezone raus. Und hier haben wir auch wieder einen kleinen Knackpunkt, den ich leider nicht so ganz nachvollziehen kann, denn die Gepäckausgabe erfolgt in einer Nicht-Sicherheitszone. Kann man ein bisschen drüber diskutieren. Ich persönlich finde das echt ein bisschen Fail, weil Gepäckausgabe gehört für mich immer noch ganz klar zur Sicherheitszone. Sonst kann ja jeder jetzt da hinrennen, wenn er will und sich einfach irgendein Gepäckstück aussuchen. Ach, das ist schön rot oder schön blau, das gefällt mir, das nehme ich jetzt hier einfach mal mit. Bisschen schade, aber vielleicht wird sich diese Mechanik hier auch später mal noch ändern. Jetzt im Moment ist es leider so, dass wir die Gepäckausgabe immer nur außerhalb der Sicherheitszone bauen können. Ein bisschen schade, aber okay, damit kann ich jetzt erstmal leben. Aber wie gesagt, das ist hier auch nochmal ein Problem, weil wo will ich jetzt hier noch eine Gepäckausgabe hinbauen? Also muss sich hier auch nochmal ein bisschen was verändern. Auch dieser Bereich hier wird sich ändern. Denn wenn wir schon mal am Gepäck arbeiten, dann würde ich doch gleich gerne die Fluggesellschaftsklasse 3 mir abholen. Und dafür brauche ich mittlere Sicherheitskontrollen und einen Gepäckservice. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier mehrmals aufgeführt ist, aber es ist uns eigentlich auch egal, weil letztendlich kommen wir immer beim selben raus. mittlere Sicherheitskontrolle und Gepäckservice. Ok, ok, also das haben wir schon mal gemacht. Da werden wir jetzt hier gleich mal noch das so ein bisschen einfärben, dass es hier zum Rest passt. Asphalt, oh, das ist aber jetzt nicht Asphalt, würde ich sagen. Ne, das hat jetzt, ja, das ist schade, dass das jetzt nicht so wie hier drüben aussieht. Beton, ja, auch nicht so ganz. Hm, das ist natürlich doof. Könnte ich das hier, ne, kann ich auch nicht drüber ziehen. Ok, das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber ok, leben wir auch mal damit. Die Gepäckverladestation muss von Ramp Agents bedient werden. Das heißt, Ramp Agents müssen auch in der Lage sein, dort hinzukommen. Das heißt, wir brauchen hier definitiv noch einen Fußgängerüberweg. Auch hier wieder, ja, ein bisschen blöd, sage ich mal, weil da kann er jetzt wieder rüber gehen, leider. Naja gut, nicht ganz. Also, im Spiel jetzt hier nicht. Natürlich, die Passagiere folgen allen klaren Regeln. Da wird keiner auf die Idee kommen, jetzt irgendwelche Gepäckstücke zu klauen oder, oder, oder. Aber ich würde trotzdem ganz gerne so ein bisschen den Schein wahren. Aber jetzt warte mal. Wir haben hier eine Tür, eine normale Tür. Ok, ich dachte, es gibt hier eine Tür rein für das Personal. Leider nicht. Das gibt es bei Sim Airport. Hier leider nicht. Das einzige, was wir hier machen können, natürlich dann einfach sagen, das Ganze ist einfach ein Personalbereich. Das heißt, hier wird da nie einer hingehen von den Passagieren, weil sie dort nichts zu suchen haben. Dennoch würde ich das Ganze gerne auch irgendwie optisch klar machen. Aber okay, da kümmern wir uns vielleicht einfach mal zu einem anderen Zeitpunkt drum. Das reiße ich jetzt hier mal ab. Das heißt auch, dass wir hier quasi die Bereiche auch nochmal neu definieren werden. Da schwirrt mir jetzt auch schon ein bisschen was vor. Aber lass uns das vielleicht gerade mal noch so ein bisschen nach hinten schieben. Vielleicht versuchen wir jetzt erst mal das hier einzurichten. Und zwar ist das hier überhaupt symmetrisch. Wahrscheinlich eher nicht. So, lass uns das mal kurz abchecken. Da machen wir das lieber mit Boden. Und zwar haben wir hier eine Fläche von 118. Das heißt 120, wenn wir noch die Wände dazu zählen. Das hier ist eine Fläche von 44. Ja genau, eigentlich ist die Check-In-Halle ein bisschen zu breit. Aber das macht nichts. Wir haben hier auch nochmal ein bisschen Spielraum. Da können wir dann auch nochmal ein bisschen spielen, um das anzupassen. Ah, schauen wir mal. Perfekt, Vertrag wurde erfolgreich abgeschlossen. Dein Bonus von 5.500 Dollar eingestrichen. Perfekt von diesem Franchise-Raum bzw. dem Geschäft. Wir hatten ja die Aufgabe, eine gewisse Menge an Verkäufen zu tätigen. Dann bekommen wir hier einen Bonus. Das haben wir wohl geschafft. Und nun müssen wir einen neuen Vertrag schließen. Mit einer neuen Gesellschaft. Wir halten hier Quickstop zur Verfügung. Oder wieder Turner. Wäre auch wieder möglich. Verkäufe für Bonus 800 diesmal. Wie ist denn hier oben? 600. Die Frage ist, Miete pro Stunde. Ja, da kriegen wir hier ein bisschen mehr. Machen wir das hier einfach. Da gibt es dann wieder den Bonus von 5.500 Dollar. Diesmal müssen wir aber nur noch 800 Verkäufe tätigen. Rein damit, dann warten wir jetzt hier einfach nur noch auf die nächsten Mitarbeiter. Und dann kann ich mich jetzt hier wieder darauf konzentrieren. Es ist echt schön, mal wieder mit gut Geld zu arbeiten. Vor allen Dingen, ich kann jetzt hier auch wirklich einfach mal drauf losbauen. Denn das Geld fließt von ganz alleine rein. Jetzt besonders wieder natürlich jetzt drei mittelgroße Maschinen pro Startlandung. 2.250 Dollar pro Abfertigung. Dann auch nochmal so um die 3.000 Dollar. Also da kommt dann schon gut Geld zusammen bei denen. Jetzt hier nochmal 44. Das heißt, wir ziehen da einfach mal rasch. Die Linie 44. Das heißt, es wäre hier eigentlich Ende im Gelände. Dann muss ich den Bereich neu aufbauen. Auch das hier werde ich nochmal neu aufbauen. Weil wir sehen nämlich hier, da ganz ganz viele Passagiere, die warten jetzt hier alle auf den Bus. Das sieht ein bisschen doof aus. Tatsächlich müssen wir uns wahrscheinlich... Oh, warte mal. Warum kein Check-In-Schalter für... Oh, oh. Es ist 7 Uhr. Wer braucht denn hier einen Check-In-Schalter? Moment, ich muss das kurz verfolgen. Ah, und endlich mal diesen blöden Spam-Filter. Ich glaube, den brauche ich jetzt dann doch mal. Oh, oh. 942. Das bist du. Und du hast jetzt kein Check-In-Schalter. Ja, ich habe auch hier jetzt den Flugplan mal so ein bisschen umgestellt. Weil ich wollte eigentlich das Ganze so ein bisschen entlasten. Dass nicht immer 6 bis 8 Maschinen hier gleichzeitig fast landen. Das ist doch sehr, sehr viel Personal dann. Was ich brauche auch um Passagieren. Sehr, sehr viele, die plötzlich da sind. Ich wollte das so ein bisschen entlasten. Aber so ganz scheint mein Plan nicht aufzugehen, leider. Also die Maschine hat gerade keine Check-In-Schalter zur Verfügung. Oh, oh. 942. Das liegt aber sehr wahrscheinlich... Ja, da wäre theoretisch was möglich. 8 Uhr. Ja, und ihr auch... Okay, es sind schon sehr, sehr viele Leute hier. Aber jetzt warte mal. 7 Uhr 9, 8. Ja, okay. Das müssen wir einfach nochmal verfolgen, woran das liegt. Es kann gut sein, dass mir hier generell das Personal fehlt dazu. Weil ich habe jetzt hier 2 Service-Agents. Dort habe ich... Ah, ich habe gerade noch keinen. Hier steht einer. Naja, müssen wir uns auch nochmal anschauen. Auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist. Jetzt aber würde ich mich trotzdem ganz gerne erstmal kurz um diesen Bereich hier kümmern. Also da werden wir, wie gesagt, doch nochmal einiges umbauen müssen, leider. Vor allen Dingen nachts müssen wir da jetzt sehr viel machen, weil am helllichten Tage können wir natürlich nicht jetzt hier einfach mal so rasch alles abreißen. Das würde uns sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Was ich jetzt auch schon gemacht habe, ist jetzt einfach mal die Pläne nicht mehr ganz so weit zu planen. Weil es blöde ist jetzt natürlich, wenn ich hier... Ja, ein Check-In-Shatter könnte ich vielleicht sogar einfach so abreißen. Das würde sogar gerade noch so gehen. Aber hier gerade mit den Terminals, wenn du da irgendwas machen willst, dann musst du halt echt gucken, dass gerade kein anderer Flieger da ist. Aber okay, hier warten wir jetzt einfach, bis es nachts wird. Dann setzen wir das hier alles nochmal neu. Einfach um zwei rüber schieben. Ja, sieht schon mal sehr gut aus, glaube ich. Das kriegen wir hin. Dann das Gespenste, kleinen Buh, werden wir auch irgendwie nochmal neu hinsetzen müssen. Beziehungsweise den ganzen Eingang hier müssen wir nochmal neu platzieren. Das sieht so nicht sehr schön aus. Nehmen wir gleich mal einen Angriff, würde ich sagen. Wenn wir eh schon mal hier sind. Dann sollen die Passagiere zukünftig hier reingehen und da rauskommen. So, dass wir die Gepäckausgabe dann irgendwo hier platzieren. Das heißt eigentlich, ja warte mal, da muss ich jetzt auch nochmal was überlegen. Wie gesagt, also wir brauchen ja Fluggesellschaftsklasse 3. Das wäre mir auch noch sehr, sehr wichtig. Dafür bräuchte ich dann hier schon die mittelgroßen Eintrittskontrollen. Und ihr seht schon, die sind mehr als nur mittelgroß. Sie sind fast dreimal so groß wie eine kleine Kontrolle, so wie wir das jetzt hier sehen. Bisschen fies. Mit Ach und Krach würde ich jetzt hier, glaube ich, drei Stück hinbekommen. Ja, mit Ach und Krach, da werde ich auch das hier nochmal überarbeiten müssen. Also ich muss hier jetzt sehr, sehr viel tun, nur um die Gepäckbände hier zu installieren. Aber das mache ich natürlich gerne, weil A, bin ich ein riesen Freund von Veränderungen. Okay, das ist gelogen, bin ich nicht. Nein. Aber ich passe sowieso immer sehr, sehr viel gerne rum. Damit habe ich schon mittlerweile abgeschlossen. Und ich würde ganz gerne die Gepäckbänder verwenden, denn was man mit denen alles so machen kann, das ist echt krass. Ich habe mir das schon angeschaut, das ist echt heftig, was wir da alles machen können. Wir können dann auch Gepäckscanner einbauen. Dann wird gescannt, ob die Sachen auch wirklich gut sind oder nicht. Und dann können wir sogar noch Kippschalter einbauen. Dann können wir das Gepäck auch noch dynamisch verteilen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird hier richtig cool. Aber genau deswegen muss ich jetzt hier leider doch ganz schön kräftig umbauen, wie es hier aussieht. Aber das mache ich gerne, weil mir das doch ganz gut gefällt. Okay. Jetzt wieder hier zurück. Immer wieder mal schauen. Ich glaube, den Spamfilter kaufe ich jetzt doch mal ein, weil ich kriege immer dieselbe Spam-Mail. Ich werde nie darauf antworten, aber das ist denen, glaube ich, auch so ziemlich egal. Darum kaufe ich den jetzt hier einfach mal ein. Was? Ah, ich brauche einen CIO dafür. Den habe ich, wie es aussieht, noch nicht. Nein, den habe ich noch nicht. Okay, werden wir uns aber auch noch zulegen. Gut, dann leben wir jetzt erstmal noch ein bisschen mit dem Spamfilter. Und bauen jetzt hier einfach noch so ein bisschen weiter. Jetzt wollte ich hier unten ein bisschen bauen. Genau. Okay, jetzt warte mal. Wie lang ist denn das? 32. Dann wären es 15. 16 wäre hier die Mitte. Das heißt, wir bauen. Achso, nein. Eine Tür, natürlich. Wir bauen hier einfach eine schöne große Tür rein. Aber ich überlege gerade, wir könnten hier vielleicht auch einfach mehrere Schiebetüren einbauen. Warum nicht? So bestimmt auch schön aus. Und dann machen wir hier einfach alles aus Glas. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Die kleinen Gläser sind gar nicht so klein. Sind ja doch noch ziemlich groß. Und hier wieder darauf aufpassen, wie ihr die dreht. Damit die Glasscheibe dann auch wirklich außen ist vom Gebäude. Ansonsten schaut das auch wieder ein bisschen doof aus. Dann machen wir das jetzt hier. So. Und... Ah, perfekt. Genau. Wow. Genial. Fast wie ausgemessen. Sehr schön. Dann bauen wir das hier so auf. Dann tun wir jetzt mal hier draußen. Warte mal. Oh, wo war das dann schon wieder? Wo war denn der Fußweg schon wieder? Ah, hier. Fußweg. Oder? Ja, doch. Das ist schon der Fußweg. Genau. Bauen wir das alles neu. Dann, wie gesagt, hier noch überlegen, wo ich die Leute rauslasse. Wir könnten natürlich jetzt... Ja, ich muss hier jetzt quasi die Gepäckausgabe planen. Da brauchen wir kein extra Gebäude für. Da müssen wir einfach nur quasi die Gepäckbänder ziehen. Und die Leute holen sich das Zeug dann von alleine. Das können wir jetzt auch mal ein bisschen vorausplanen. Wir können dann nämlich auch über die Kippsthalter zum Beispiel steuern, welches Gepäck bei welcher Gepäckausgabe herauskommt. Aber das ist wirklich, ja, schon sehr tief dann im Gepäck-Tutorial drin. Es gibt, glaube ich, drei Ebenen. Erstmal Gepäck überhaupt, dann sicheres Gepäck und dann komplexes Gepäcksystem. Also da haben wir wirklich noch so ein bisschen was vor uns. Drum planen wir das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Also es gibt hier irgendwo auf jeden Fall, das machen wir mal mit einer anderen Farbe. zwar mit blau, es gibt irgendwo ein Gepäckaufgang. Und dann ziehen wir jetzt hier einfach mal das Band so rum. Das wiederum bedeutet, dass wir Bänke vielleicht auch noch in die Nähe hinstellen, dass die Leute da auch schön sitzen können und warten können. Ich glaube, so eine einfache Bank ist vier Felder. Jawohl. Dass wir da jetzt hier einfach ein bisschen was platzieren. Idealerweise natürlich so. Moment. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Genau. Dann machen wir das doch so. Das sieht, glaube ich, sogar ein bisschen schöner aus. Das Gepäckband läuft dann. Ja, so eine mega große Runde brauche ich jetzt nicht. Aber warte mal, wir können das hier im Kreis langführen. Da kommt es rauf und dann dreht sich das Ganze immer schön im Kreis. Das gefällt mir, glaube ich, sehr gut. Das wäre eine Station. Da können wir hier vielleicht auch noch mal rasch das hinziehen. Warte mal. Ne, machen wir das so. Sorry. Ich muss jetzt gerade echt so ein bisschen überlegen. Aber ich bin mir eh schon jetzt wieder ziemlich sicher, dass sich das eh noch mal kräftig ändern wird. Aber das machen wir jetzt auch noch mal anders. Das ist alles ein bisschen zu dicht aneinander. Leider. Also das machen wir jetzt hier so. Da kommt ein Blümchen rein. Jetzt haben wir hier noch mal 4, 4. Meinetwegen hier noch mal ein Blümchen. Und dann hier in die Richtung offen. Gut, und dann kommt es da rauf. Perfekt. Ich glaube, das sieht ein bisschen schöner aus. Das ist eine Gepäckausgabe. Dann können wir natürlich hier auf der anderen Seite vielleicht auch noch mal eine planen. Das ist, glaube ich, echt eine gute Idee, dass wir mal mit zwei Gepäckausgaben arbeiten. Keine Ahnung, wie das im Endeffekt dann aussieht. Aber dafür sind wir ja hier. Um das hier einfach schön auszuprobieren. Genau. Okay. Das heißt aber im Klartext, dass ich die Passagiere letztendlich hier rauslasse. Dass wir dann hier den Sicherheitsausgaben platzieren. Der muss aber jetzt in einer Sicherheitszone liegen. Die ziehen wir jetzt hier einfach mal rasch, dass sie da ist. Und dann... Warte, nochmal so. Und da können wir jetzt wieder überlegen. Aber ich glaube, ich mache das wie hier. Dass der Ausgang auch rausguckt. Moment. Muss an eine offene und sichere Zone eingrenzen. Jawohl, dann nehmen wir da jetzt nämlich einfach nochmal zwei weg. So, Mary Smith findet ihren Weg nicht. Wo will sie denn hin? Soll doch da einfach geradeaus laufen. Dann findet sie den schon. Ah, jetzt scheint sie ihn gefunden zu haben. Ja, das ist... Ich glaube, da ist jetzt einfach viel zu viel los. An den Check-In scheitern. Da muss ich echt nochmal ein bisschen experimentieren. Ich glaube, da ist jetzt ein bisschen experimentieren.